Ich freue mich sehr, dass unsere Idee der Sauberkeitscharta nun zu konkreten Massnahmen geführt hat. Die Sauberkeitscharta ist das Ergebnis eines intensiven Jahren von gemeinsamer Arbeit zwischen Gewerbe und der Stadt. Ich bin sehr froh, dass wir zusammen diesen Weg gehen konnten. Schliesslich teilt das Gewerbe, das von der Stadt verfolgte Ziel, von einer sauberen, lebenswerten Stadt, in der man sich wohl fühlt. Die 18 Unternehmen und Organisationen, die bei der Sauberkeitscharta mitgemacht haben, werden sich verpflichtet zu konkreten Massnahmen für die Reduktion von Abfall. Ich hoffe noch, dass wir nächstes Jahr unser Ziel, dass 80% von allen in den Branchen betroffenen Geschäften mitmachen, realisieren können. Merci.